Herzlich willkommen bei Urknall, Weltall und das Leben. Wir sind immer noch in Garching an der Volkshochschule im Norden des Landkreises München und jetzt geht es weiter mit Teil 2 von Einsteins kosmologischer Konstante. Viel Spaß! Jetzt will ich Sie vertraut machen mit der Karte der Hintergrundstrahlung, haben wir auch schon mal hier öfters besprochen. Ich will es nur noch mal zusammenfassen für all diejenigen, die es noch nicht gesehen haben. Wenn Sie hier eine Kugeloberfläche haben, dann sehen Sie, hier haben wir das Problem, wir können nicht die komplette Oberfläche überblicken. Wir sehen von der Erdkugel hier nur Afrika, Madagaskar, den Südpol, aber München, da wird es schon ganz dünn, Nordamerika, Südamerika, Asien sind gar nicht zu sehen. Jetzt gibt es dann einen Trick, einen mathematischen Trick, um dann letzten Endes eine Karte zu machen, die eben alles dann darstellt. Man spricht von der Mollweideprojektion, eine mathematische Projektion, die jedem Punkt auf der Kugeloberfläche einen Punkt in dieser ellipsenförmigen Karte zuordnet. Und wenn Sie jetzt auf diese Karte schauen, stellen Sie fest, da vermisst man nichts, alle Meere sind da, alle Kontinente. Das heißt, das ist eine sehr schöne Art, eine Kugeloberfläche auf einen Blick darzustellen. Und den Himmel, den wir eben beobachten können, der ist auch kugelförmig. Der Süd- und der Nordhimmel zusammen, den kann man auch als ellipsenförmige Karte darstellen. Und das sehen Sie hier. Der Ellipsenrand ist gar nicht zu sehen, da müssen Sie sich hier dazu denken. Das ist jetzt der gesamte Himmel im sichtbaren Licht bei einer Wellenlänge zwischen 350 und 750 Nanometern. Sie sehen das komplette Band der Milchstraße. Wenn wir hier bei uns auf der Erde mal von Garching aus an den Himmel schauen, bei guten Bedingungen, sehen wir immer nur einen kleinen Ausschnitt von dieser Milchstraße. Aber wir sehen nie das komplette Band, weil es sich ja einmal komplett um die gesamte Erde herumwickelt. Hier sehen Sie das komplette Band. Das heißt, dieses Ende schließt nahtlos an dieses dann an, weil es eben von uns aus betrachtet die Spiralgalaxie, in der wir leben, aussieht wie ein Band. Diese Spiralgalaxie hat ein Zentrum, da müssen wir Richtung Schütze gucken. Das ist übrigens jetzt im Sommer, haben wir eine Chance, das zu sehen. Tief am Horizont im Süden müssten Sie dann gucken, dann sehen Sie dann Richtung Schütze. Und da ist das Zentrum der Milchstraße in 26.000 Lichtjahren Entfernung. Was wir von Europa aus nicht sehen können, sind diese beiden schon genannten Magellanschen Wolken. Also zwei eigenständige Galaxien, die aber so nah sind, dass sie von der Milchstraße zusammengeknetet werden. Deshalb haben sie auch ihre schöne Spiralformen, ihre Gestalt verloren. Die sehen also ganz zerrupft aus. Und wie ich immer gern sage, man hat eben viel Gehirnschmalz investiert, um sie zu benennen. Die größere Wolke ist die große Magellansche Wolke und die etwas kleiner erscheint, die kleine Magellansche Wolke. Andromedanebel habe ich schon genannt. Die Andromeda-Galaxie sehen Sie auch. Die ist wieder so weit weg, dass Sie da kaum noch was unterscheiden können von einem Stern. Wenn Sie hier genauer hinschauen, sieht man, das ist so ein bisschen auseinandergezogen. Also es hat wirklich mehr Struktur als ein Stern. Und das ist auch das am weitesten entfernte Objekt, was Sie mit bloßem Auge sehen können. Wir können also Himmel, das können wir auch übrigens von uns aus sehen, ist ja Sternbild Andromeda. Das können wir von Nordeuropa aus sehen. Da können wir 2,5 Millionen Lichtjahre weit gucken, ohne Hilfsmittel. Und dieses Bild im Infrarot, hier sehen Sie jetzt wirklich die ellipsenförmige Karte. Das machen jetzt die Astronomen natürlich sehr gern, dass sie alle möglichen Wellenlängen hernehmen und dann hier Beobachtungen durchführen. Also das ist dasselbe Bild wie hier, aber eben jetzt bei einer größeren Wellenlänge. Wir haben eben von 350 bis 57 Nanometer hochgedreht auf bis zu 240.000 Nanometer. Wir sind also jetzt weit im roten Bereich, so weit drin, dass wir es eigentlich nicht mehr mit bloßem Auge sehen können. Wir brauchen jetzt eine Infrarot- oder Mikrowellenkamera letzten Endes, um sowas zu sehen. Und dann sehen Sie, sieht der Himmel ganz anders aus. Also den Staub, dieses schwarze Zeug, sind Staubwolken, 10 bis 20 Kelvin kalt. Da können wir jetzt plötzlich durchschauen und das Band der Milchstraße ist nach wie vor zu sehen. Magellanschen Wolken sind auch nach wie vor zu sehen. Auch die Andromeda-Galaxie ist noch zu sehen, die ist nur ein bisschen verrutscht, die ist hier. Und das blaue Zeug, da haben wir auch schon mal hier drüber gesprochen. Ich erzähle das immer sehr gerne, weil das eines meiner absoluten Lieblingsbilder ist. Das blaue Zeug ist Staub in unserem Sonnensystem. Wenn Sie nämlich dieses Bild überblenden mit allen Sternbildern, die wir kennen, dann fällt Ihnen auf, dass dieser komische blaue Dunst, der sich hier so durchschlängelt, nur in ganz bestimmten Sternbildern zu finden ist, nämlich in Tierkreiszeichen. Und hier wieder Taurus, der schließt sich hier natürlich wieder an, der Stier. Die kennen Sie alle von Ihrem Horoskop. Und das liegt daran, weil die Sonne ja im Verlauf eines Jahres durch genau diese Tierkreiszeichen wandert. Wir können das leider nicht verfolgen, weil die Sonne so hell ist. Die wandert also im August durch den Löwen, durch die Jungfrau, im Januar durch den Steinbock. Und in dem Moment, wo sie geboren wurden, stand die Sonne in einem dieser bestimmten Tierkreiszeichen. Und deshalb definiert sich dann so Ihr Sternzeichen. Von uns aus betrachtet ist dieser Tierkreis aber ein besonderer Bereich. Das ist nämlich der Bereich des Himmels, der geschnitten wird von der Ebene unseres Sonnensystems, wo alle Planeten sich nämlich befinden. Das liegt daran, dass ja das Sonnensystem aus einer Scheibe entstanden ist. Also die kreisen nicht wild in 3D in allen möglichen Richtungen. Alle Planeten, die Sonne, befinden sich in einer Scheibe, die sogenannte Ekliptik. Und die trifft eben nur, wenn Sie die auf den Himmel projizieren. Der Himmel ist ja eine ganze Kugel. Und diese Scheibe des Sonnensystems trifft dann eben nur bestimmte Sternbilder auf dieser Kugeloberfläche. Und diese Schnittfigur ist ein Kreis. Eine Ebene und eine Kugeloberfläche schneiden Sie, gibt einen Kreis. Und das ist der Tierkreis. Das heißt, unser Tierkreis schlängelt sich hier so komisch durch. Und deshalb ist es die Spur für den Astronomen. Aha, das hat was mit unserem Sonnensystem zu tun. Das heißt, das Blaue, was Sie hier sehen, ist leuchtender Staub in unserem Sonnensystem. Die Ironie von dem Ganzen ist, dass eben alles, was Sie hier sehen, war eigentlich ein Schmutzeffekt für die Leute, die diese Analyse gemacht haben. Das sind nämlich Daten von COBE, das steht für Cosmic Background Explorer. Das war der erste Satellit, der die Hintergrundstrahlung im Kosmos aufgenommen hat. Und für die war eigentlich das alles störender Vordergrund. Die wollten ja das, was dahinter ist, sehen, nämlich die Hintergrundstrahlung. Das heißt, man muss eigentlich sehr genau verstehen, was hier an Staub leuchtet, um das abziehen zu können. Kommen wir also zu der kosmischen Hintergrundstrahlung. Es gibt also drei, vier wesentliche Methoden, um Kosmologie zu betreiben, um kosmologische Parameter zu messen. Und diese Methoden sind auch unabhängig voneinander. Die hängen mit verschiedenen Phänomenen zusammen. Und eins davon ist eben die Hintergrundstrahlung. Die wurde in den 60er Jahren von Penzias & Wilson entdeckt, gab für diese Entdeckung auch einen Nobelpreis. Die haben in New Jersey die Hornantenne benutzt. Wenn Sie in das Deutsche Museum gehen, können Sie im dritten Stock, im Treppenhaus, ein kleines Modell sehen von dieser Hornantenne. Und Sie können sogar, weil Penzias, wie man auf Deutsch sagen könnte, ist in München geboren, hatte Originalteile von dieser Antenne München geschenkt. Und deshalb finden Sie das im Deutschen Museum. Da gibt es also Teile von dieser Hornantenne in dem dritten Stock zu sehen. Und da finden Sie eben viele Informationen rund um die Entdeckung der Hintergrundstrahlung. Das Problem ist, um sie überhaupt erst mal zu entdecken, müssen Sie alle möglichen Effekte erst mal berücksichtigen. Was passiert nämlich? Wir fliegen ja mit unserem Sonnensystem und mit der Milchstraße durch das Weltall. Das Sonnensystem kreist ja um das Zentrum der Milchstraße. Und auch die Milchstraße bewegt sich, aber vor allem die Sonnenbewegung ist eben da, mit eben uns, die wir da im Sonnensystem mitfliegen. Das heißt, der eine Teil des Himmels, der kommt auf uns zugeflogen und der andere Teil, von dem entfernen wir uns. Das heißt, diese Strahlung, die aus den Tiefen des Alls kommt, wird, wenn wir auf den Himmel zufliegen, blau verschoben. Das ist jetzt wirklich der Doppler-Effekt. Und der Teil des Himmels, der sich von uns entfernt, weil wir in die andere Richtung fliegen, der wird rot verschoben. Und genau das sehen Sie hier, jetzt eben dargestellt auf der kompletten Himmelskarte. Diese komischen, das sieht fast aus wie Yin und Yang, diese beiden birnenförmigen Strukturen. Das ist jetzt einfach die Projektion dieser Halbkugel. Der eine Teil der Halbkugel, der auf uns zukommt und der andere, der von uns wegkommt. Das heißt, es gibt hier einfach einen Doppler-Effekt und der macht das komplett platt. Wir können gar nicht was von der Hintergrundstrahlung sehen, weil uns diese Bewegung, unsere eigene Bewegung, stört eigentlich die Beobachtung. Also muss man wissen, wie schnell bewegt sich die Sonne, um diesen Doppler-Effekt eben zu bestimmen. Man spricht da übrigens auch von der Dipol-Anisotropie, also weil das einfach hier so zwei Pole sind letzten Endes. Zwei verschiedene Arten von Verschiebung, Rot- und Blau-Verschiebung. Aber es ist letzten Endes der Doppler-Effekt. Und das macht eben jetzt schon in Temperaturen ausgedrückt, weil man redet jetzt immer von, diese Hintergrundstrahlung ist ja eine Wärmestrahlung. Also um es nochmal vielleicht zu vergleichen, Sie kennen ja die Bilder von Wärmebildkameras, wo man Personen fotografiert hat mit einer Wärmebildkamera. Man sieht dann gut durchblutete, warme Wangen, eine kalte Nasenspitze, kühles Hemd. Das heißt, man kann mit so einer Wärmebildkamera Temperaturen messen. Aus großen Entfernungen, letzten Endes auch über Milliarden von Lichtjahren weit, können Sie das. Die Wärmebildkameras der Infrarot- und Mikrowellen-Radioastronomen heißen Bolometer. Das können Sie auch sehen in dem Deutschen Museum. Das sind eben letzten Endes Abbildungsgeräte, mit denen Sie dann diese elektromagnetischen Wellen bei hohen Wellenlängen aufzeichnen können, wie bei einer Wärmebildkamera. Und letzten Endes, was Sie dann sehen, ist, dass eben hier Temperaturunterschiede dazugehören. Das heißt, Sie können, wenn Sie jetzt eine Person fotografieren würden, die eben jetzt auch sich bewegt, dann würde auch natürlich dieser Doppler-Effekt zuschlagen. Das heißt, Sie könnten damit nicht genau bestimmen, was da für eine Temperaturverteilung bei der Person zu sehen ist. Nehmen wir mal an, ich würde jetzt auf Sie zulaufen und Sie würden gerade so eine Wärmebildkamera benutzen, dann würde ja die Strahlung blau verschoben werden. Sie müssten also irgendwie wissen, wie schnell ich mich bewege, um die wahre Temperatur zu bestimmen. Das ist also das Problem bei dem Doppler-Effekt. Und weil man aber die Geschwindigkeit von dem Sonnensystem kennt, kann man diesen Doppler-Effekt abziehen. Und wenn Sie das machen, dann sieht das Bild so aus. Wieder erinnern Sie sich, ellipsenförmige Karte ist immer noch der gesamte Himmel. Also nach wie vor sind hier die Magellanschen Wolken da unten. Und nach wie vor ist hier die Milchstraße. Hier konnten Sie die Milchstraße gar nicht sehen, weil dieser Doppler-Effekt alles verschmiert hat. Wenn Sie den Doppler-Effekt aber abziehen, dann sehen Sie plötzlich, aha, da ist ja das Band der Milchstraße. Hier ist das Zentrum der Milchstraße. Die Karte ist so orientiert, dass genau in der Mitte der Ellipse auch das Zentrum der Milchstraße immer zu finden ist. Jetzt ist der Kosmologe immer noch unglücklich, denn natürlich stört jetzt hier der Staub in der Milchstraße, der eben auch dummerweise im gleichen Wellenlängenbereich strahlt. Das heißt, schon wieder eine Störung, die man irgendwie rausrechnen muss. Deshalb muss man eben sehr genau verstehen, wie der Staub in der Milchstraße verteilt ist und was er für Temperaturen hat. Wenn Sie das wissen, können Sie auch diesen Zensurbalken sozusagen hier abziehen und kriegen dann die nächste Karte ohne Milchstraße. Und das zeigt jetzt eigentlich das Hintergrundsignal. Das heißt, hier haben wir einen Vordergrund, unsere Milchstraße, und es gibt hier noch andere Quellen. Wir hatten die Magellanschen Wolken genannt. Auch die haben Vordergrundemissionen. Das müssen Sie alles abziehen, um ein sehr künstliches Bild zu generieren, was man eben dann die kosmische Hintergrundstrahlung nennt. Was bedeuten jetzt die Farben? Die bedeuten ja Temperaturunterschiede. Das heißt, selbst wenn Sie jetzt alles da abziehen, gibt es immer noch Schwankungen in der Temperatur. Und zwar im Bereich eben von 10 hoch minus 5 Grad. Das heißt, aus irgendeinem Grund ist dieser rote Bereich etwas wärmer als der blaue Bereich. Also das sind ja alles Falschfarbenaufnahmen. Also wenn die echten Farben wären, würden wir gar nichts sehen. Das ist ja Infrarot- bzw. Mikrowellenstrahlung. Das heißt, was hat man jetzt gemacht, damit wir das Bild überhaupt sehen können? Man hat gesagt, eine höhere Temperatur würde ich mal rot darstellen, eine kühlere Temperatur blau. Das ist also dieselbe Symbolik wie bei einem Wasserhahn. Kann man sich so ganz gut merken. Das gilt immer bei diesen Karten der Hintergrundstrahlung. Blau bedeutet kühl. Und was wurde jetzt gemacht? Die ursprünglichen Messungen von Penn-Syerson-Wilson in den 60er Jahren mit der Hornantenne haben natürlich nicht den gesamten Himmel aufnehmen können, weil die waren ja in New Jersey. Die konnten auch nur einen bestimmten Teil am Nordhimmel sehen. Deshalb hat man dann sich bei der NASA darum bemüht, einen Hintergrund-Satelliten zu bauen, nämlich COBE, der die Aufgabe hatte, außerhalb der Erde an einer bestimmten Position zu messen, mehrere Monate lang und den gesamten Himmel abzuscannen, dass man wirklich auch diese gesamte Karte überhaupt generieren kann. Das schaffen Sie ja nur, wenn Sie sowohl vom Nordhimmel als auch vom Südhimmel Fotos machen. Nur dann kriegen Sie ja so eine schöne komplette Karte. Und das war also deshalb überhaupt auch ein Satellit, wo man eben diese Bolometer dann hat mitfliegen lassen. Und wie Sie sehen hier, dieser Ausschnitt von der Himmelskarte, was Sie auch eben gerade gesehen haben, das ist eine sehr grobe Auflösung noch gewesen. Es wurden danach andere Satelliten gestartet, Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, auch von der NASA, um 2000 herum. Und da sehen Sie, derselbe Himmelsausschnitt hat jetzt viel mehr Struktur bekommen. Die ESA hat dann eben den Planck-Satelliten gestartet, der mittlerweile ja fertig ist. Auch hier wieder der Grund mit dem Kühlmittel. Sie müssen auch hier diese Satelliten alle kühlen, damit eben diese eigene Strahlung des Satelliten nicht die Messung stört. Und irgendwann ist das Kühlmittel eben aufgebraucht. Und Sie sehen hier, Planck hat nochmal dieselben Strukturen viel feiner aufgenommen. Das heißt, der Vorteil der immer besseren Satelliten ist, dass die immer genauer dieses Temperaturmuster der Hintergrundstrahlung messen können. Und COBE hat aber jetzt auch einen Nobelpreis bekommen für eben die Entdeckung dieser sogenannten Anisotropien. Also das Rot und Blau unterschiedliche Temperaturen, unterschiedlichen Temperaturen entspricht. Der Grund ist nämlich, das wird auch immer gerne ein Babyfoto des Universums genannt. Es gibt einen Grund, weshalb eben es hier Temperaturabweichungen gibt. Der Grund lässt sich anschaulich mit diesem Laserpointer erzählen. Das habe ich auch schon mal hier bei dem Kosmologievortrag dargestellt. Also wenn Sie diesen Laserstrahl an die Decke richten, dann muss das Licht aus dem Laser raus und muss gegen das Gravitationspotenzial ja Arbeit verrichten. Das heißt, das Licht verliert Energie, wenn es an die Decke will. Wenn aber Licht Energie verliert, verändert sich ja die Farbe. Das heißt, es wird nicht langsamer. Wenn Sie einen Ball hochwerfen, wird er ja langsamer. Die Geschwindigkeit nimmt ab. Das liegt daran, dass die Bewegungsenergie aufgebraucht wird vom geworfenen Ball. Irgendwann erreicht er einen höchsten Punkt. Je nachdem, wie hart Sie geworfen haben, ist der Punkt höher oder nicht so hoch. Die genetische Energie ist dann aufgebraucht und dann fällt er wieder nach unten und klatscht hier auf die Erde. Das Licht wird ja nicht langsamer. Das Licht ist immer gleich schnell, spezielle Relativitätstheorie. Aber das Licht kann auch Energie verlieren, aber wenn es das tut, verändert es seine Farbe. Wenn ich jetzt hier auf der Horizontalen bleibe, ist eigentlich dieses Grün, was Sie da hinten sehen, genauso grün wie das hier. Würden Sie sagen, da sehe ich keinen Unterschied. Wo ist da die Farbveränderung? Denn hier musste ja kein Potenzial durchlaufen werden. Es ist ja auf einem Höhenlevel geblieben. Hier musste es aber so 5 Meter, 4, 5 Meter hochkrabbeln sozusagen, das Licht, und musste eigentlich Energie verlieren. Wenn Sie sehr, sehr, sehr genau messen, wird man wirklich messen, dass dieses Grün ein anderes ist, als das, was hier rauskommt. Dieses Experiment wurde 1960 schon durchgeführt. Das Pound-Repka-Experiment war eines der großen Tests der allgemeinen Relativitätstheorie. Und der Grund ist also eine Gravitationsrotverschiebung, wie man das nennt. Das Licht verliert Energie, wenn es im Gravitationsfeld hochkrabbelt, wird dabei, wenn es Energie verliert, gerötet. Das heißt, da oben kommt es etwas röter an, als es hier unten gestartet ist. Und das hat man beim Pound-Repka-Experiment mit einem 22 Meter hohen Turm an der Harvard University tatsächlich nachmessen können. Mit einer sehr, sehr genauen Messung. Warum erzähle ich Ihnen das? Hier passiert genau dasselbe. Sie müssen sich jetzt vorstellen, woher kommt überhaupt diese Strahlung? Wer strahlt denn da? Woher kommt die Wärmestrahlung? Das habe ich gar nicht explizit gesagt. Es ist natürlich das, was damals da war, nämlich Wasserstoff und Helium. Das fein verteilte Gas, was es eben zu dieser Zeit, Minuten nach dem Urknall, schon gab. Und 380.000 Jahre nach dem Urknall hat sich diese Strahlung hier auf den Weg gemacht. Warum eigentlich da und nicht schon früher? Weil sie vorher gefangen war in dem Plasma. Das Plasma kühlt sich eben ab durch die weitere Ausdehnungsuniversums. Irgendwann ist es so weit abgekühlt, dass die Wasserstoff- und Heliumatomkerne Elektronen einfangen können. Das heißt, die ersten neutralen Atome entstehen überhaupt im Universum. Und wenn das passiert, können sich plötzlich diese ganzen Strahlungsteilchen frei bewegen. Vorher wurden sie nämlich an den Elektronen gestreut. Wenn die Elektronen aber jetzt in Atomen eingefangen sind, dann findet keine Streuung mehr statt und plötzlich kann sich die Strahlung frei bewegen. Und das geschah genau 380.000 Jahre nach dem Urknall. Eben nicht früher. Vorher war das Universum zu heiß. Das heißt, wir sehen hier vom Charakter her Wärmestrahlung von einem Wasserstoff-Helium-Gas-Gemisch, was ungefähr 3000 Grad heiß war. Das heißt, dieses Zeug gibt jetzt Wärmestrahlung ab. Aber offenbar keine gleichmäßige oder gleichförmige Wärmestrahlung, die ist hier ein bisschen kühler und da ein bisschen wärmer. Warum das? Wie bei dem Laserpointer ist es eben so, dass es in diesem Wasserstoff-Helium-Gemisch Bereiche gibt, die dichter sind und Bereiche gibt, die nicht so dicht sind. Da, wo es dichter ist, hat das Licht mehr Probleme, um wegzukommen. Es kämpft mehr an gegen die Überdichte als gegen den Unterdichtenbereich. Das heißt, da, wo es blau verschoben ist, also nicht blau verschoben, Entschuldigung, da muss man jetzt aufpassen. Blau bedeutet kühler. Kühler bedeutet geringere Energie. Das heißt, hier muss der dichtere Bereich liegen, weil hier das Licht mehr Energie verloren hat. Heißer bedeutet, das Licht hat eine höhere Strahlungstemperatur, hat also nicht so viel Energie verloren. Und deshalb eben Babyfoto des Universums. Man sieht hier schon 380.000 Jahre nach dem Urknall Über- und Unterdichten, aus denen ja dann später sich Galaxien entwickelt haben. Und das war hier schon angelegt. Das sieht man da schon. Und deshalb war das eine Wahnsinnsaufnahme, die eben um 1990 herum von Messer und Smooth, von den Leitern des COBE-Teams, veröffentlicht wurde. Und die haben auch den Nobelpreis dafür bekommen, für diese richtungsabhängigen Schwankungen, würde man auf Deutsch sagen, oder eben an Isotropien, wie man dann sagt. Und die kann man immer genauer messen, mit Planck eben aktuell die genauesten Messungen davon. Der Vorteil von Planck ist eben, dass Sie gleich bei neun verschiedenen Frequenzen messen. Jetzt sehen Sie hier immer wieder dasselbe Bild bei verschiedenen Frequenzen. 100 Gigahertz kann man sich gut merken, das ist ungefähr 1000 Mal die Frequenz von Antenne Bayern. Antenne Bayern hat 100 Megahertz. Das ist genau 1000 Mal größer. Und da sehen Sie also jetzt hier die Milchstraße natürlich. Aber Sie sehen auch hier bei den hohen Frequenzen tritt die Milchstraße, gerade hier bei den höchsten Frequenzen, tritt die sehr stark hervor. Das heißt, da ist die Störung durch die Milchstraße besonders schlimm. Da stört der Staub besonders stark. Hier sehen Sie sehr, sehr flach diese Linie. Das Band der Milchstraße ist sehr flach ausgeprägt. Das heißt, bei 70 Gigahertz, da stört der Staub kaum. Da sehen Sie viel von der eigentlichen Hintergrundstrahlung. Und ja, warum macht man das? Weil man eben bei verschiedenen Frequenzen so unheimlich genau die Staubverteilung bestimmen kann. Deshalb messen die bei neun Frequenzen. Um dann natürlich den Staub abzuziehen letzten Endes. Gut, dann resultiert hier das beste Bild, was wir zurzeit haben in der modernen Kosmologie von der Hintergrundstrahlung. Also wie gesagt, blau kühlere Regionen, rot wärmere Regionen. Temperaturunterschied nur 10 hoch minus 5 Grad. Ja, und aus dieser, ja, das Wichtigste habe ich gar nicht gesagt, aus dieser Karte können Sie jetzt natürlich kosmologische Parameter bestimmen. Anschaulich gesprochen ist es eben so, haben Sie viel Materie da, überwiegt die Gravitation. Das heißt, die Strukturen, diese Schwankungen der Temperatur werden dann mehr zusammengepackt, sind dichter beisammen, haben Sie viel Ausdehnungstrend vom Universum, also viel dunkle Energie drin, viel von dieser kosmologischen Konstante, dann wird diese Struktur hier aufgeblasen und wird größer aussehen. Das ist also so ganz einfach, salopp erklärt, wie man aus dieser Karte jetzt auch rückschließen kann auf eben den Gehalt von dunkler Materie, normaler Materie und dunkler Energie. Also das steckt sozusagen in dieser Karte drin. Und natürlich gucken die Kosmologen nicht jetzt ewig auf irgendwelche farbigen Flecken, die haben dann eben letzten Endes Funktionen, die sie analysieren, das sind Kugelflächenfunktionen, die also diese Verteilung am Himmel sehr exakt wiedergeben und das sind eigentlich dann die Daten, die man da letzten Endes analysiert. Zweite Methode nach der Hintergrundstrahlung sind die Sternexplosion. Hier haben Sie Galaxien, das sind alles Galaxien, zum Teil sehr unregelmäßig geformt und was ist der Unterschied zwischen oben und unten? Hier sehen Sie plötzlich eine punktförmige helle Quelle in dieser jeweiligen Galaxie. Und was da passiert, es gab eine Sternexplosion, die da stattgefunden hat. Sie sehen, dass die offenbar so hell ist, dass sie sogar aus dieser Galaxie herausscheint und deutlich zu sehen ist. Also ein ganz heftiges Ereignis. Und das sind eben Sternexplosionen. Es gibt verschiedene Typen von Sternexplosionen. Es gibt die Supernovae Typ 2. Das ist so ein massereicher Stern, der dann einfach bis zum Eisen alle Elemente durchfusioniert hat. Der Kern wird dann instabil. Und letzten Endes explodiert dann dieser Kern vor allem dadurch, weil hier erst ein Gravitationskollaps einsetzt, das verdichtet wird. Es gibt einen Rückprall an dem zusammengedrückten Kern und dann schieben nochmal die Neutrinos mit an. Hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Also das sind dann die Supernova Typ 2. Die sind aber nicht immer gleich hell. Die haben also sehr unterschiedliche Helligkeiten, sind auch sehr, sehr hell, aber eben immer nicht gleich hell. Der Vorteil von diesem Typ 1a ist eben, das ist immer ein ganz bestimmter Stern, der hier explodiert, nämlich ein weißer Zwerg. Auf der Reise von Madras nach Southampton hatte der geniale indische Astrophysiker, einen Theoretiker, das war ein richtiger Kampfrechner, muss man sagen, der hatte damals nichts Besseres zu tun, als auf dieser Reise, das hat vielleicht ein oder zwei Wochen gedauert, eine Rechnung durchzuführen. Nämlich die Rechnung, wie diese weißen Zwerge stabilisiert werden. Ein weißer Zwerg ist der Überrest eigentlich von unserer Sonne, der Kern der Sonne, extrem zusammengedrückt und der ist noch stabil, dieser Kern. Obwohl keine Fusion mehr stattfindet, muss jetzt ja irgendeinen Druck dagegen halten. Und der Druck, der dagegen hält, kommt von den kleinen Teilchen, die in dem weißen Zwerg drin sind, nämlich die Elektronen. Sie können die Elektronen nicht beliebig verdichten. Es gibt einen Entartungsdruck, also einen quantenmechanischer Druck und der erklärt überhaupt, weshalb diese weißen Zwerge dann stabilisiert werden. Und Chandra-Seca hat aber ausgerechnet, es gibt eine Maximalmasse, bis zu der diese weißen Zwerge eben existieren können, ungefähr 1,4 Sonnenmassen. Man spricht da auch von der Chandra-Seca-Grenze, nach ihm eben benannt. Er hatte auch einen Nobelpreis in den 80er Jahren dafür bekommen, für diese Rechnung. Er musste dann nämlich ausrechnen, dass diese Elektronen sich wie ein Fermigas verhalten, also ein Gas aus Teilchen mit halbzahligem Spin, die man eben nicht beliebig zusammenquetschen kann. Die wehren sich eben noch eine gewisse Weile. Wenn man aber zu viel Masse zusammendrückt, nämlich über diese 1,4 Sonnenmassen hinausgeht, dann hält selbst dieser Entartungsdruck nicht mehr dagegen und dann explodiert dieser weiße Zwergstern. Weil es aber immer bei derselben Massengrenze geschieht, nämlich immer bei 1,4 Sonnenmassen, bedeutet es, Sie haben immer dieselbe Explosionsenergiemenge zur Verfügung, nämlich diese 1,4 Sonnenmassen, wo es dann einfach schnackelt sozusagen. Das heißt, haben Sie da einen weißen Zwerg, der von mir aus nur eine Sonnenmasse hat und er nimmt aber aus seiner Umgebung zum Beispiel vom Nachbarstern Materie auf, immer wenn er an die 1,4 Sonnenmassen drankommt, ist es aus. Und dann explodiert dieser weiße Zwerg aber immer eben mit derselben Helligkeit. Vor Ort ist es immer gleich hell. Und Sie merken, jetzt haben wir wieder eine Geschichte, etwas ist immer gleich hell. Vor Ort hat es die gleiche Helligkeit. Das heißt, der einzige Grund, weshalb es dann abnimmt von der Helligkeit, ist die Entfernung. Sie haben also wieder einen Hebel, um an die echte Helligkeit vor Ort zu kommen. Wenn Sie sich nämlich sicher sind, dass es hier ein weißer Zwerg ist, der explodiert ist, dann können Sie daraus auf die Entfernung schließen. Wie man so schön sagt, diese Supernovae Typ 1a sind gute Standardkerzen. Jetzt hat uns aber die Natur einen Strich auch durch die Rechnung gemacht. Man hat irgendwann festgestellt, es gibt auch wahnsinnig Helle von diesen Supernovae Typ 1a Explosionen. Und der Grund ist, es kann auch vorkommen, dass Sie zwei weiße Zwerge haben. Ein Doppelsternsystem aus zwei weißen Zwergen. Die umkreisen sich. Durch die Abstrahlung von Gravitationswellen kommen die sich aber früher oder später auch immer näher und werden dann miteinander verschmelzen. Und dann haben Sie ja die doppelte Chandra-Seeker-Masse vielleicht sogar zur Verfügung. Und dadurch wird aber dann die Explosionsmenge doppelt so groß und deshalb wird auch diese Supernova viel heller sein. Das heißt, Sie müssen eben gucken, ist es ein Doppelsternsystem, ein doppelter weißer Zwerg oder ein einfacher weißer Zwerg. Und so muss man da ein bisschen aussortieren. Und das machen letzten Endes die Kosmologen, dass sie eben versuchen, die guten Explosionen da herauszusuchen und mit denen dann Kosmologie zu betreiben. Was Sie dann beobachten, sind Lichtkurven. Also hier sehen Sie Lichtkurven. Das ist letzten Endes hier irgendwas Kryptisches auf der Achse steht hier. Das ist eigentlich die Blauhelligkeit. Sie können einfach sagen, das ist die Helligkeit. Hier ist die Zeit in Tagen. Das heißt, was passiert? Diese Supernova-Explosion fängt an bei minus 18 Magnituden, erreicht hier nicht mal die minus 19 und dann fällt es eben innerhalb von 20 Tagen auf minus 16 Magnituden ab. Das heißt, hier haben Sie einfach charakteristische Lichtkurven für solche Sternexplosionen. Weil die aber sich in der Tiefe des Alls ereignen und Sie ja eine schon relativ hohe Rotverschiebung haben, gibt es hier einen relativistischen Effekt, der eine Rolle spielt, nämlich die Zeitdehnung. Also wenn Sie, das ist eigentlich ein relativistischer Effekt, dass die Uhren eben unterschiedlich ticken. Das heißt, wenn eine Uhr tief im Kosmos sich befindet bei einer hohen Rotverschiebung, dann wird auch die Zeit entsprechend gedehnt. Das hat dann natürlich zur Konsequenz, dass diese Skala hier auch gedehnt wird, die Zeitskala. Und deshalb haben Sie dann verschieden breite Lichtkurven, je nachdem, wie tief im All diese Explosion eben stattfindet. Wenn man diesen Effekt korrigiert und auch andere Effekte berücksichtigt, stellt man fest, dass diese sehr verschiedenen Lichtkurven, Sie sehen ja hier eine grüne, eine blaue, eine rote und so weiter, wenn Sie das alles mal korrigieren, dann liegen die im Wesentlichen auf einer ein und derselben Musterkurve, könnte man sagen. Und das ist damit gemeint, wenn man sagt, diese Supernova-Explosionen sind gute Standardkerzen. Sie sehen nämlich jetzt, dass die Helligkeit, die Maximalhelligkeit von allen, wenn man das korrigiert hat, von allen bei minus 19,7 ungefähr liegt. Also hier gibt es eine gewisse Streuung, korrigiere ich aber durch diesen relativistischen Effekt, dann liegen die auf demselben Niveau. Und das ist eine gute Eigenschaft. Dann weiß man sozusagen, wenn ich diese Explosion aufspüre, die sind immer gleich hell. Ich kann mir sofort diese minus 19,7 dann zugrunde legen und kann daraus wiederum die Entfernung bestimmen. Und jetzt gehen wir zurück zum Hubble-Gesetz. Hubble-Gesetz hieß, c mal z ist h0 mal d. Rotverschiebung mal Lichtgeschwindigkeit ist Hubble-Konstante mal die Distanz. Wenn ich aber jetzt mir die Distanz beschaffen kann, das Groß-D, und diese Rotverschiebung z kann ich mir auch beschaffen, zum Beispiel, indem ich hier Spektren von dieser Explosion beobachte, da kann ich mir auch eine Rotverschiebung beschaffen, weil die Spektrallinie ist dann ja auch entsprechend zum Roten hin verschoben. Das heißt, das z kann ich mir auch beschaffen. Dann habe ich das z auf der einen Seite der Gleichung, das d auf der anderen. Was kann ich dann bestimmen? Das h0, nämlich die Hubble-Konstante. Das heißt, ich kann mithilfe dieser Supernova-Explosion dann auch die Hubble-Konstante bestimmen, plus andere kosmologische Parameter. Und da wollen wir sozusagen rankommen. Gut, die dritte Methode, das ist die neueste Methode, die dürfte am wenigsten bekannt sein, die basiert auf Zeitverzögerung. Vielleicht zeige ich Ihnen erst mal das Bild, was ist hier passiert. Also man sieht hier erst mal, das sieht typisch aus, typisches Astronomie-Foto, wie bei den Platten früher. Sie sehen also hier starke Schwärzung bedeutet, da ist eine Quelle. Weiß bedeutet, da kommt also nichts her an Licht. Und wenn man hier das, was so punktförmig aussieht, etwas genauer anschaut, stellt man fest, das ist ja gar nicht ein Punkt, das sind eigentlich vier Punkte. A, B, C und D. Und es stellt sich heraus, das ist eine kosmische Fata Morgana. Ein Quasar. Ein und derselbe Quasar, der aber als Vierfachbild erscheint. Und der Grund ist, dass das Licht auf verschiedenen Wegen zu uns kommt. Wir sind also Beobachter auf der Erde mit dem Astronomie-Teleskop hier auf der rechten Seite. Hier ist die Quelle der Quasar zum Beispiel. Und dazwischen, zwischen uns und dem Quasar, befindet sich irgendeine Massenkonzentration. Eine Galaxie oder ein Galaxienhaufen. Jetzt startet das Licht von dem Quasar, kommt aber auf verschiedenen Wegen, wird also um diese Masse, das ist allgemeine Relativitätstheorie, Massen lenken das Licht ab. Das heißt, das Licht wird hier abgelenkt, trifft dann den Beobachter auf der einen Seite, kann aber auch über einen anderen Weg kommen. Und bei diesem Quasar sind sogar vier verschiedene Wege, auf denen das Licht vom selben Quasar zu uns kommt. Also das ist wie ein Fake-Bild, wenn Sie so wollen. Und das kann man deshalb herausfinden, wenn man diese einzelnen Flecken jetzt genauer anschaut, zum Beispiel das Spektrum sich anschaut oder auch die Variabilität, dann stellen Sie fest, die machen alle vier im Prinzip genau dasselbe. Das muss alles dasselbe Objekt sein. Das kann man wirklich aus der Analyse, den Flecken hier, sieht man es natürlich nicht an, da muss man also mehr Astronomie betreiben, da kann man feststellen, das ist ein und dasselbe Objekt. Und das Spannende ist aber jetzt, es gibt jetzt hier einen relativistischen Effekt, eine Zeitverzögerung. Also erstmal ist klar, es ist Ihnen anschaulich klar, nehmen wir mal an, dieser Lichtweg hier und der andere Lichtweg sind einfach unterschiedlich lang, dann resultiert ja daraus, dass das Licht auch unterschiedlich schnell ankommt bei uns. Soweit sind Sie wahrscheinlich bei mir. Jetzt gibt es aber noch einen weiteren Effekt, den kann man nur mithilfe der allgemeinen Relativitätstheorie verstehen, das ist der Shapiro-Effekt, der auch getestet wurde. Der wurde getestet auch mit Raumsonden. Da müssen Sie sich vorstellen, Sie haben eine Raumsonde in der Nähe der Venus, hier haben Sie die Sonne und da sind wir wieder auf der Erde und dann passiert eben das, dass das, die Raumsonde schickt uns eine Radiowelle letzten Endes, aber an der Sonne vorbei und wenn die Sonne eben auf dem Weg liegt von dieser Radiowelle, dann braucht die Radiowelle ein bisschen länger. Es gibt eine Zeitverzögerung dadurch, dass diese Lichtwelle an der Masse der Sonne vorbeifliegt. Das ist also ein allgemein relativistischer Effekt. Und das passiert auch mit den Lichtwellen, die hier eben an der Galaxie oder Galaxienhaufen vorbeifliegen. Es gibt eine Zeitverzögerung und deshalb resultiert dann hier ein Delta T. Das kann sogar bis zu zweieinhalb Jahre betragen, dass das Licht also zweieinhalb Jahre länger auf dem einen Weg unterwegs war als auf dem anderen. Und natürlich muss jetzt hier dieses Licht, wenn es eine große Entfernung ist, diese Distanz von dem Quasar ist typischerweise Milliarden von Lichtjahren. Das heißt, Sie können letzten Endes auch über den Lichtweg, den Sie da sehr genau bestimmen können, auch diesen Zeitversatz stellt sich heraus, auch hier steckt natürlich wieder die Kosmologie drin, nämlich die Hubble-Konstante. Das heißt, man kann die Hubble-Konstante auch hier mit einer neuen Methode, vor allem mit einer unabhängigen Methode messen. Das heißt, Sie können die Cephiden benutzen, Sie können die Hintergrundstrahlung benutzen, Sie können die Sternexplosion Typ 1a benutzen und Sie können auch hier diese Gravationslinsen, wie man das nennt, benutzen. Die Idee ist übrigens schon relativ alt, geht auf RefStyle zurück aus den 60er Jahren, aber erst jetzt sind eben die Teleskope gut genug und das Verständnis auch der Quellen gut genug, dass man das vernünftig machen kann, um Kosmologie zu betreiben. Also auch hiermit können Sie die Hubble-Konstante bestimmen. Hier sehen Sie nochmal die Variabilität, jetzt können Sie sich nochmal fragen, ja, ich weiß ja nicht, wann bei jeweils dieser Quelle das Signal startet, wie kann ich da eine Zeitdifferenz überhaupt feststellen, das macht man einfach, indem man für jeden dieser Punkte betrachtet man wieder die Lichtkurve. Also hier steht wieder A, B, C und D, das sind also diese vier verschiedenen Punkte und stellen Sie fest, jeder, der Quasar, flackert sozusagen, es gibt eine Variabilität, also das bedeutet hier wieder Helligkeit in der Vertikalen und hier sind einfach die Jahre aufgetragen, man hat also 13 Jahre lang diesen Quasar mit diesem Namen hier beobachtet und stellt fest, dass also alle vier dasselbe machen, vom Trend sehen Sie hier einen Einbruch bei allen Vieren, hier ein Maximum auch bei allen Vieren, hier ein Minimum und so weiter, also die Quelle macht immer dasselbe, muss also dasselbe sein. Wenn man aber sehr genau hinschaut, stellt man fest, hier ist das Minimum leicht versetzt gegenüber diesem Minimum, es gibt einen ganz minimalen Versatz und das ist eben diese Zeitverzögerung, die können Sie direkt aus der Lichtkurve messen, indem Sie einfach jetzt die Lichtkurve gegeneinander verschieben und gucken, wo ist das Licht denn früher angekommen. Und das so ist die Messmethode letzten Endes bei diesen Gravitationslinsen, dass Sie hier über Jahre Licht von einem Quasar zum Beispiel betrachten und von diesen Mehrfachquellen betrachten und daraus die Hubble-Konstante ableiten können. Da sind wir auch sehr stark beteiligt, also der Stefan Hilbert ist bei uns im Exzellenzcluster einer der Nachwuchsgruppenleiter, der da eben stark beteiligt ist bei dem Thema. Warum sage ich Ihnen das? Weil man eben jetzt diese Hubble-Konstante bestimmen kann. Sie erinnern sich, Hubble selbst hatte noch einen Wert von 500. In den 70er, 80er, 90er Jahren gab es eine große Diskussion, das war wirklich verschiedene Zahlenwerte für die Hubble-Konstante zwischen 50 und 100. Mittlerweile hat sich das so auf 70 eingependelt, aber auch hier sieht man wieder, also das sind die Sternexplosion, die Hintergrundstrahlung, die Gravitationslinsen, wenn Sie mal die Zahlen vergleichen, hier sind noch die Fehlerbalken genannt, gibt es da einfach Spannungen, könnte man sagen. Das ist nicht ganz verträglich. Und das ist komisch. Sie haben hier voneinander unabhängige Methoden, die dieselbe Größe, nämlich die Hubble-Konstante, im jetzigen Universum messen und sie passen nicht genau zusammen. Und das versuchen eben die Kosmologen herauszufinden, woran das liegt. jede Methode hat natürlich Vor- und Nachteile. Es gibt auch systematische Fehler, die Sie natürlich machen, die Sie vielleicht nicht genau verstanden haben. Und das ist eben eine große Frage, warum es hier Abweichungen gibt, wenn Sie mal sich überlegen, zwischen den 67 und 73 liegen sechs oder sowas Zähler ungefähr auf die 60 bezogen, das ist fast 10% Abweichung, im schlimmsten Fall. Also das ist schon eine Abweichung, die zu groß ist, wo man, wenn man Präzisionskosmologie betreiben will, schon sehr unzufrieden wird. Und das ist so ein ganz modernes, deshalb war es mir wichtig, Ihnen das zu sagen, das ist eine ganz aktuelle Diskussion bei den Experten, weil man eben nicht genau weiß, warum die Hubble-Konstante eben nicht bei den Methoden übereinstimmt. So, jetzt ist eigentlich die Zeit schon rum, gell? Sind Sie noch bei mir? Machen wir noch 10 Minuten? 10 Minuten. Denn natürlich wollen wir auf die kosmologische Konstante zurückkommen, auf das Lambda und ich wollte Ihnen nochmal das mit dem Ballon erklären, etwas vielleicht anschaulicher mit dieser Darstellung. Sie sehen hier letzten Endes die Entwicklung des Universums, die Größe über der Zeit. Man könnte jetzt sagen, den Ballon, den Sie da aufpusten, den Radius des Ballons haben Sie hier aufgetragen und hier die Zeit. Jetzt gibt es also in den Friedmann-Lösungen von Einsteins Gleichung verschiedene Möglichkeiten, nämlich je nachdem, woraus unser Kosmos besteht, wäre sogar möglich, dass unser Universum hier im Urknall mit Radius 0 startet, größer wird, ein Maximalradius, der Ballon hat die maximale Größe erreicht und dann schrumpft der Ballon wieder und in der Zukunft gibt es sogar einen Endknall, also einen Urknall, der uns in der Zukunft erwartet. Sie können mit den Gleichungen sogar genau sagen, wann das passieren wird, wir sind hier bei heute und in der Zukunft wäre das dann eben in 22 Milliarden Jahren der Fall, wenn wir in diesem Universum leben würden. Wenn Sie aber genau hinschauen, werden Sie feststellen, ja Moment mal, das kann eigentlich unser Universum gar nicht beschreiben, wenn hier heute ist und das ist 10 Milliarden, also wir reden hier von Milliarden Jahren auf der Skala, das ist 10 Milliarden Jahre in der Vergangenheit, dann ist dieses Universum ja nur 5 Milliarden Jahre alt. Das kann ja nicht unser Universum sein, denn wir kennen ja Objekte in unserem Universum, die älter sind als 5 Milliarden Jahre. Das Sonnensystem ist schon nah dran, der Mond und so weiter, Sonnensystem, die haben alle ähnliches Alter, die sind knapp 5 Milliarden Jahre alt, aber es gibt Sterne da draußen, Kugelsternhaufen der Milchstraße sind 13 Milliarden Jahre alt, das heißt, da müssten Sie viel weiter hier drüben sein, es kann ja nicht sein, dass die Kugelsternhaufen älter sind als das Universum, in dem Sie leben. Damit ist dieses Universum falsifiziert. Jetzt gibt es aber auch andere Lösungen noch, hier sehen Sie schon, ach, Schwein gehabt, kein Endknall, es gibt einen Urknall, das Universum ist 10 Milliarden Jahre alt, expandiert und expandiert ewig. Es nimmt immer mehr der Radius des Ballons zu. Auch die blaue Kurve wäre möglich, das ist dann noch älter und die rote Kurve, da kommt was Neues dazu, das ist das älteste von all diesen Universum, fast eben 15 Milliarden Jahre alt, da beginnt der Urknall, aber hier haben Sie was qualitativ Neues, die Kurve haut nach oben ab. Jetzt überlegen Sie sich mal, Sie machen hier immer Streifen konstanter Dicke, dann stellen Sie fest, dieses Universum wird in gleichen Zeiten immer schneller, immer größer, das heißt, die rote Kurve beschreibt ein beschleunigt expandierendes Universum. Hier ist es eher eine konstante Rate der Ausdehnung, in konstanten Zeiten kommt immer die konstante Größe dazu, das ist ein lineares Wachstum, würde man sagen. Und jetzt geht also der Theoretiker, knackt die Gleichung von Einstein, hat jetzt eben diese vier unterschiedlichen Lösungen gefunden und sagt, super, jetzt würde ich gerne wissen, in welchem Universum leben wir denn, was können wir machen, wir können Altersbestimmungen machen, weil wir einfach dann feststellen, was ist so das Älteste in unserem Universum und gucken dann, was passt hier. Also ich hatte schon gesagt, 13 Milliarden Jahre für die Kugelsternhaufen, da ist schon auch das Grüne ausgeschlossen, das Orangene, das heißt, wir müssen zwischen den beiden jetzt unterscheiden und was eben 1998 passiert ist, man hat eben so weit in die Vergangenheit gemessen, wir können ja hier nicht leider in die Zukunft messen, wir sind ja hier bei heute, wir müssen ja, um die Kurven zu unterscheiden, können wir eigentlich nur in die Vergangenheit schauen, das heißt, wir können uns nur alles angucken, was hier links von heute sich befindet. 1998 hat man also in diesem Bereich letzten Endes dann durch diese Sternexplosion Typ 1a Datenpunkte gefunden, wo man gesehen hat, aha, das liegt auf der roten Kurve. Wenn die rote Kurve festgenagelt ist, ist es durch die Differenzialgleichung von Einsteins Theorie auch die zukünftige Entwicklung eindeutig festgelegt. Das heißt, Sie können aus der Vergangenheit sofort auch folgern, was in der Zukunft passieren muss. Und das, was Sie sehen, ist eben genau der Punkt eine beschleunigte Expansion. Etwas, was wir eben jetzt auch beobachten. Wenn Sie genau bei heute hinschauen, stellen Sie fest, alle Kurven treffen sich natürlich im gleichen Punkt bei heute. Warum? Weil das Universum natürlich bei heute einen bestimmten Wert haben muss, der bei allen gleich ist. Er muss bei allen gleich sein. Wenn Sie noch genauer hinschauen, werden Sie feststellen, die Steigung in diesem Punkt bei heute ist auch bei allen derselbe Zahlenwert. Was ist das nämlich? Die Hubble-Konstante. Das ist das H0. Das ist die anschauliche Erklärung vom H0. Das ist die aktuelle Expansionsgeschwindigkeit. Ein dr nach dt, könnte man sagen. Die aktuelle Expansionsgeschwindigkeit. Und die ist festgelegt. Diese Steigung kennen wir. Das ist das H0, diese 70 Kilometer pro Sekunde und Megaparsec. Das heißt, hier können Sie auch nicht dran drehen. Und jetzt müssen Sie sich eben dann Gedanken machen, was für Kurven erfüllen eben diese Randbedingungen und gehen durch diesen Punkt durch und haben auch diese Steigung. Aber was Sie eben nicht loswerden, also jetzt gehen Sie wieder zurück. Wir hatten erst den Theoretiker, der die Lösung macht, dann den Experimentator, der herausfindet, auf welcher Kurve wir liegen. Und jetzt fragt der Experimentator den Theoretiker, ja, was hast du denn bitte schön hier reingesteckt, um die Kurven auszurechnen? Und dann packt der Theoretiker aus und sagt, das sind die Parameter, die ich angenommen habe, um diese Kurven zu erklären. Und dann sehen Sie das Einzige, was, also erst mal vielleicht das Anschauliche, wenn das hier ein Zahlenwert von 5 ist, also viel, viel Materie, heißt anschaulich, Sie haben so eine starke Gravitation in diesem Kosmos, dass der wieder in sich zusammenstürzt. Deshalb dieser Kollaps mit Endknall. Haben Sie ein bisschen weniger Materie da, dann reicht das nicht für den Endknall. Aber Sie kriegen keine Beschleunigung hin. Das Einzige, wie Sie eine Beschleunigung hinkriegen, ist indem Sie jetzt hier was Neues ins Spiel bringen. Etwas, was man dunkle Energie nennt. Einsteins Lambda. Eine Beschleunigung. Nur das bringt dieses Abknicken nach oben eben zustande. Und das ist eben 98 passiert. Mit den Supernovae war klar, hoppla, wir brauchen diese dunkle Energie, dieses Lambda, es geht nicht ohne. Und diese verschiedenen Methoden, hier sehen Sie noch mal, das ist ein Parameter, der im Prinzip die Häufigkeit, die Menge, könnte man auch sagen, es ist eigentlich eine Energiedichte, also eine Energie pro Volumen, beschreibt von der dunklen Energie über der Materie. Das ist also die dunkle Materie plus normale Materie. Und das stellen Sie fest, wenn Sie jetzt diese verschiedenen Methoden, die wir besprochen haben, die Sternexplosion sind das blaue, dann gutes grüne haben wir nicht besprochen, das war die großräumige Struktur, würde ich jetzt mal aus Zeitgründen beiseite lassen, aber das ist auch eine weitere Methode, die eben hier genau reinpasst. Und die Hintergrundstrahlung ist das orangefarbene. Alle treffen sich in dem selben Punkt. Das heißt, dieser Plot sagt uns, dass alle unabhängigen Methoden dieselbe Sprache sprechen, dass dieselbe Menge an dunkler Energie in unserem Kosmos steckt, nämlich ungefähr 70 Prozent, 0,7 heißt 70 Prozent hier, und ungefähr 30 Prozent Materie. Und das ist damit gemein mit diesem Lambda-CDM. Lambda, wir sind in einem Universum, was dominiert wird von dunkler Energie, von diesem Lambda, 70 Prozent. Und 0,3 bedeutet, wir leben eben auch in einem Kosmos, wo es viel Materie gibt. Und diese Mengen kann man eben jetzt, also diese Werte kann man eben bestimmen aus verschiedenen Methoden und auch die Hubble-Konstante, wie eben gesagt, mit einer leichten Variation, die man nicht genau verstanden hat. Übrigens, wenn Sie den Kehrwert bilden, wir hatten ja gesagt, Hubble-Konstante ist eine inverse Zeit von der Dimension. Wenn Sie einfach einen Kehrwert bilden, kriegen Sie eine Obergrenze für das Weltalter raus. Also da kommen auch diese 13,8 Milliarden Jahre dann letzten Endes her. Jetzt kann man sich eben fragen, okay, ja, woraus besteht denn dann der Kosmos? Das, was wir kennen, ist eigentlich in der Minderheit, nämlich das, was wir sehen können, Planeten, Sterne, Galaxien, dieses leuchtende Gas, das Wasserstoff-Helium-Gemisch, all das zusammen macht nur 5 Prozent aus. Und 95 Prozent, der Rest von der Torte hier, haben wir nicht verstanden. Ungefähr 27 Prozent dunkle Materie, wissen wir nicht, was das ist, eine nicht leuchtende Materieform, und dieses Lambda von Einstein wird eben dunkle Energie dann verallgemeinernd genannt, fast 70 Prozent. Was mir immer wichtig ist zu sagen, dass diese verschiedenen Teile der Torte sich zeitlich entwickeln, die waren nicht immer gleich. Also das gilt für heute. Wenn Sie in die Frühphase des Universums zurückgehen, als gerade die Hintergrundstrahlung abgestrahlt wurde, 380.000 Jahre nach dem Urknall, werden Sie feststellen, ach guck mal, die dunkle Energie, die fehlt hier ja komplett in dieser Torte. Die macht nämlich einen winzigen Bruchteil nur aus. Mit anderen Worten, damals war die nicht dynamisch für das Universum relevant. Es gab noch keine beschleunigte Expansion damals in dem Kosmos. Was damals eine große Rolle gespielt hat, war die dunkle Materie. Die Strukturbildung über die Gravitation, dass sich Dinge zusammen verdichten und sich Galaxien bilden, das war dominant. Und sogar die Lichtteilchen, das ist diese gelbe Torten, das Tortenstück, was gelb ist, die Lichtteilchen waren auch noch wichtig für die Dynamik des Universums. Wenn Sie hier oben gucken, wo sind die Lichtteilchen hin? Die wurden einfach durch die Expansion des Universums platt gemacht, kann man salopp sagen. Das Universum dehnt sich aus und die Energiedichte von den Lichtteilchen wird extrem stark ausgedünnt, sodass die in dem heutigen Universum für die Dynamik des Universums keine Rolle mehr spielen. Was jetzt eine Rolle spielt, ist der Player, der hier überhaupt nicht zu sehen ist, nämlich die dunkle Energie. Das heißt, je nachdem, wenn sich das Universum ausdehnt, immer größer wird, immer größer wird, werden jetzt plötzlich andere Energieformen wichtig. Und die aktuell dominierende Kraft ist eben antigravitativ. Man könnte auch sagen, das Zeug hat einen negativen Druck. Und das ist eben das Komische bei der dunklen Energie. Zuletzt will ich Ihnen nochmal zeigen, und dann fasse ich auch zusammen, dass Sie alle Formen von Massen, Materieformen, Energieformen, hier in einem einzigen Diagramm darstellen können. Also die Kosmologen unterscheiden verschiedene Zustandsgleichungen, wie man das nennt, also Gleichungen, Druck über Dichte von dem Material. Und Lichtteilchen haben da zum Beispiel ein Drittel, das können Sie auch aus der Quantenstatistik herausrechnen, da kommt es her. Die normale Materie hat einen Druck von Null, wenn P Null ist, wird auch das W Null, also man spricht hier vom W-Parameter, diese W-Skala, da können Sie letzten Endes alles, was es gibt an Energie- und Materieformen einordnen. Und alles, was eben ein W hat, von kleiner als minus ein Drittel, also was hier so orange und blau dargestellt ist, das sind Formen von dunkler Energie. Und da gibt es jetzt verschiedene Arten von dunklen Energien. Es gibt die Quintessenz, es gibt die topologischen Defekte, das ist was sehr Spekulatives, und es gibt eben das Lambda vom Einstein, das hat ein Minus-1. Und es gibt, wenn das W noch kleiner wird als Minus-1, gibt es die Phantomenergie. Was ist das? Wenn das realisiert ist, dann gute Nacht. Die Phantomenergie ist eine Energieform, die über alle Maßen das Universum expandieren lässt, und zwar so stark, dass sogar die Atome und alles zerrissen wird. Mützerreiß, wie der Bayer sagt. Und das passiert eben, wenn Sie diese Phantomenergie haben. Die ist tatsächlich nicht von den Daten ausgeschlossen, weil Sie können ein W von Minus-1, was man also aktuell favorisiert, können Sie nicht ganz genau unterscheiden. Es gibt nämlich einen Fehlerbalken von einem W, was vielleicht Minus-1,01 ist oder Minus-0,99. Es gibt auch hier einen gewissen Spielraum. Das heißt, diese Mützerreiß- Version ist leider nicht ganz auszuschließen. Je nachdem, wie groß dieses W wäre, müsste man vielleicht schon in 50 Milliarden Jahren damit rächen, dass das Universum komplett zerrissen wird. Dieser Name oder dieser Vorgang hat auch einen schönen Namen bekommen, das nennt man den Big Rip, den großen Zerriss. Gut, fassen wir zusammen. Einsteins Lambda ist auf der Erde nicht bekannt. Wir kennen keinerlei Spuren von dieser dunklen Energie auf der Erde, wir wissen nicht genau, was es ist. Es macht sich erst bemerkbar, wenn wir weit entfernte Galaxien betrachten, die Milliarden von Lichtjahren entfernt sind und auch deren Sternexplosionen in diesen Galaxien, wenn wir die beobachten, dann kommen wir dieser komischen beschleunigten Expansion auf die Spur. Übrigens auch einen Nobelpreis gab es für die Sternexplosionen. Das war jetzt erst einer der letzten für Saul Perlmutter, Adam Ries und Brian Schmidt. Das sind alles drei Leute, die mit Supernova- Explosionen arbeiten. Die haben aber nicht den Preis bekommen für die dunkle Energie. Da muss man aufpassen, wenn man da nachliest, die haben den Preis bekommen für die Entdeckung der beschleunigten Expansion. Ob das erklärt wird durch die dunkle Energie, das ist offen. Das ist erstmal nur die Beobachtung, die da prämiert wurde und Einsteins Lambda passt eben aktuell am besten dazu. Also Einstein hatte die richtige Intuition gehabt damals. Er hatte eigentlich eine ganz andere Motivation. Er wollte seinen statischen Kosmos erklären. Da sind wir schon längst darüber hinaus. Der Kosmos ist dynamisch, aber trotzdem hat er die richtige Idee gehabt. Also es wurde zwar erst verworfen, aber nach Einsteins Tod wurde es wieder dankbar aufgegriffen und wir brauchen es nach wie vor. Und diese komische, dieses komische Lambda ist auch sehr, sehr klein. Als Zahlenwert ist es unheimlich nah an der Null, aber eben nicht exakt Null. Und wir dürfen es auch nicht Null setzen, weil sonst diese beschleunigte Expansion eben nicht beobachtet werden könnte. Es ist eine Form von dunkler Energie. Es gibt eben exotische Varianten davon. Wenn Sie einen Ingenieur fragen, was ist das für ein komisches Zeug? Ja, das ist was mit einem negativen Druck. Kennen wir auch nicht auf der Erde. Was ist eine Substanz, die einen negativen Druck hat? Wir kennen Zeug mit einem Druck Null, mit einem positiven Druck, aber nicht Druck negativ. Und warum ist der negativ? Weil eben dieses dann antigravitativ wirkt. Also das ist etwas, was den Raum ausdehnen lässt. Nur dann resultiert ein sich ausdehnender Raum. Wenn das so eine ganz komische Zustandsgleichung mit negativen Druck hat. W-Parameter ist also minus 1. Die bewirkt das, was beobachtet wird, die kosmische Beschleunigung, was seit 1998 eben als Beobachtungsfakt betrachtet wird. Und woher es kommt? Es wurde schon überlegt, das vielleicht mit der Quantenphysik in Verbindung zu bringen. Ist eben das fein verteilte Nichts, was es überall gibt, manifestiert sich das letzten Endes als ein Lambda. Man hat es nachgerechnet, man lag 120 Zehnerpotenzen daneben. Das heißt, schlimmer verrechnen können sich eigentlich nicht. Also das ist komplett unverstanden, ob das eben das aktuelle Bild ist von der Welt. Vielen Dank. Das könnte man natürlich ausdrücken mit diesen ganzen Gleichungen, die es da gibt. Aber es ist eben wahnsinnig gering. Also auch wenn man die entsprechende Masse von einem Teilchen, was dazugehört, ausrechnen würde, dann ist man also viele Zehnerpotenzen unter denen, was man so eben kennt. Also noch deutlich leichter als ein Neutrino zum Beispiel. Das hat man schon. Ich habe nur den Zahlenwert jetzt nicht parat, muss ich gestehen. Aber es ist wahnsinnig gering. Es gibt auch für das Lambda selber einen Zahlenwert. Ich glaube, das ist eine Eins durch Länge zum Quadrat von der Dimension her, damit es halt in der Einsteingleichung dann hinkommt. Ja, aber das ist sozusagen die große Frage. Ist es das Quantenvakuum selbst, was sich da manifestiert? Und das ist eben das große Rätsel. Es beschreibt diese Gleichung, beschreibt wunderbar die Natur, auch das, was beobachtet wird. Aber man weiß nicht, was sich physikalisch dahinter verbindet. Die Frage war, ob der Urknall aus der dunklen Energie entstanden ist. Also es gibt diese Inflation, ist auch verwandt mit der dunklen Energie. Das ist auch etwas, was antikravitativ ist, was einen negativen Druck hat. Und da wird zum Beispiel auch ein Feld definiert, was man das Inflationsfeld nennt. Das ist ein verwandter Mechanismus letzten Endes. Man hat auch versucht, das miteinander zu verknüpfen. Aber es ist eben noch nicht gelungen, das wirklich in einem konsistenten Bild einzubauen. Also man braucht auch die Inflation eben, um das zu erklären, zum Beispiel, was die erklärt, ist das, was Sie in der Hintergrundstrahlung gesehen haben. Ich hatte gesagt, die Temperaturabweichung beträgt nur 10 hoch minus 5 Grad. Also wenn Sie anders auf diese Verteilung gucken, könnte man sagen, diese verschiedenen Orte des Himmels passen bis auf 10 hoch minus 5 Grad exakt überpassen die zusammen, haben dieselbe Temperatur. Und woher weiß dieser Teil des Himmels, dass er dieselbe Temperatur bis auf 10 hoch minus 5 Grad haben soll wie der andere, obwohl die Milliarden von Lichtjahren voneinander entfernt ist. Das Einzige, um das zu erklären nach dem aktuellen Kenntnisstand, ist, dass Sie sagen, früher waren die mal beisammen, diese Punkte, und die wurden einfach sehr schnell voneinander getrennt durch diese Inflationsepoche, die ja das Universum schlagartig eben aufgeblasen hat in kürzester Zeit. Und dann waren die kausal getrennt worden, haben aber eben dieselbe Temperatur. Und das könnten Sie ohne Inflation eben nicht erklären. Der Rest will nach Hause, finde ich gut. Will ich auch. Vielen Dank.